herzlich willkommen zu einem neuen video von eichhorn coaching und diesem video werde ich euch eine trade idee für die kommende woche vorstellen ja wir werden einen cashspot zeigen bitte beachtet den risikohinweis alles was jetzt heute vorstelle und ihr dann nachhandeln solltet natürlich auf eure eigene gefahr also ja bitte da den risikohinweis beachten so es handelt sich um einen cashspot ich habe noch mal den blog aufbeitrag aufgerufen kopiere ich auch noch mal in die infobox wer nicht genau weiß was ein cashspot und so weiter ist oder ein paar dinge mehr darüber wissen nicht der ja kann ganz einfach noch mal den blogbeitrag anschauen kann man noch ein paar andere verlinken wo es weitere informationen gibt zu cashspot von uns einfach ein paar blog beiträge verlinke ich euch in der infobox so was wollen wir machen gold und zwar wenn man sich mal gold anschaut ist es erst mal ganz gut gelaufen zumindest mal in den letzten jahren gab er durch corona ein anstieg dann während dem corona boom als die aktienkürze so stark nach oben sind sind ja gold ein bisschen zeitwärts gelaufen jetzt gab es noch mal einen anstieg während der ukraine krise so märz und seitdem muss man sagen hat gold komplett versagt als dafür was selber gesagt wird als inflationsschutz zusammen eine hohe inflationen gold rauscht nach unten allgemein zu gold ja ist ein interessantes investment ich würde aber immer aufpassen wann man es kauft sondern das wirklich erst in tiefen kursrückgängen und jetzt halt nicht nachdem es irgendwie 30 40 prozent angestiegen ist gold schüttet keine dividende aus und so weiter wenn man sich auch manche charts anschaut dann kann gold auch mal ruhig der zehn jahre lang seitwärts laufen und man ist die ganze zeit unter wasser mit der position also achtet da ein bisschen drauf auf oder achtet darauf dass man wirklich nach den einschlägen erst immer kauft so jetzt machen wir mal ganz kurz die daten sprich ja was machen die insider daten jeder der eine future position hält wird automatisch eine der drei gruppen gegliedert die commercials das sind irgendwelche die irgendwas physisch mit diesem produkt zu tun haben dann gibt es doch die large speculators das ist ein hedgefonds zum beispiel als geldverwalter und dann gibt es noch die small speculators das sind in der regel mir da muss man schon einige hunderte kontrakte handeln auf gold zum beispiel das ist ja schnell 78 stellig und deswegen er werden die meisten zu uns in den small speculators gehören so jetzt kann man sich die commercial daten anschauen spricht diejenigen die was mit dem produkt zu tun haben ja kann man sich jetzt mal anschauen sind jetzt long oder short eingestellt die dickere blaue linie ist es die netto position sprich alle gehandelten long oder gehaltene long kontrakte von denen minus die short kontrakte ist dann ja die netto position dies fast bei jedem rohstoff immer negativ warum wenn man was physisch damit zu tun sprich die verkaufen den future um sich gegen den preisanstieg zu hätten weil sie profitieren ja von ja von gestiegenen preisen mit dem physischen produkt und verkaufen dagegen futures um sich zu hätten das ist die netto position aktuell minus 100.000 kontrakte ungefähr und es muss jetzt halt ja immer historisch einordnen ist das ist viel oder wenig und zumal ein bisschen im nirvana land aber man muss dazu sagen schon etwas eher bullischer aber noch ganz klar noch nicht perfekt das war mal hier 2015 2018 viel viel bullischer aufpassen die commercial daten oder die daten werden ja immer am dienstag vom dienstag am freitag veröffentlicht sprich vor zwei tagen am freitag wurden die daten vom letzten dienstag veröffentlichen ist halt noch mal in dieser woche das dann runter gegangen die kurse spricht die werden vermutlich noch weiter oben stehen weil mittwoch donnerstag freitag wenn da der kurs gefallen ist mir vor allem klar am 14 genau juli ist es herrschlag gefallen gold dann werden die wahrscheinlich kontrakte aufgelöst haben und die position wird immer bullischer die kleinere linie was nur die short kontrakte von den commercials diese dünnere linie hat die haben erhalten auch aktuell er wenn auch nicht ein perfektes signal weniger short kontrakte ich vermute das wird es aktuell noch weniger sein weil wieso sollen sie sich hätten wenn der preis und schon so stark gefallen ist so jetzt was kann man machen man kann natürlich den gold future handeln man kann gold kaufen physisch wie auch immer ich möchte einfach einen anreiz geben dass man vielleicht auch ein cash kaputt machen kann auf einen etf noch kurzen blick auf die volatilität gvz ist der wohler index von gold muss man sagen ja nicht perfekt absolut nicht perfekt etwas besser wie in den langeweilen jahren hier unten als gold so ein bisschen vor sich her geblätschert ist aber wir hatten jetzt natürlich keinen großen markt nach oben wie jetzt zum beispiel in der ja in der ukraine krise da kann ja auch zum beispiel die wohler ansteigen bei aktien normalerweise nicht der fall ist wenn der preis nach oben geht also so ein richtigen spike haben wir aktuell nicht deswegen würde ich das ist auch nicht irgendwie all in gehen oder sowas oder das ist mega volatrad ich würde es wirklich als erwarten oder bezahlen lassen für das einfach einbuchen dann also einfach kaputt machen und einfach warten aber jetzt im mehler megavola geschichte ist es auf gar keinen fall da müsste der preis vermutlich noch mal richtig einbrechen so wie könnte man das handeln natürlich kann wir jetzt ein cash kaputt auf den gold future machen ist für den meisten kontakt kontrakt wird einfach auch zu hoch sind ja immer 100 unzen das sind dann ja schnell mal aber ist dann immer sechsstellig deswegen ist es für die meisten zu viel muss ja noch den future rollnächt eingebucht bekommen und so weiter deswegen könnte man ganz einfach einen etf nehmen das ist hier der gld etf aber noch ganz kurz an aufgerufen was ist jetzt hier drin ja es ist ja drin ganz einfach gold aber nicht der gold futures noch das wirklich gold also physisches physisches gold ist aber so wenn ihr den etf handelt ist es steuerlich gesehen in deutschland zumindest nicht physisch sozusagen hinterlegt dass dies anerkennen das ist ein ganz normaler etf von der besteuerung oder dem fall ja ein et c also da müsstet ihr andere produkte nehmen euwachs gold 2 genau also sowas müsst ihr zum beispiel nehmen dass ihr das dann hinkriegt habt ihr natürlich keine optionen drauf also den trade wo man store frei nach einem jahr nicht machen das funktioniert nicht es hat er auch einige interessante tiefpunkte historische hier ist beim bereich von 158 dollar und es könnte sich natürlich anbieten hier einen cash kaputt zu handeln möchte einfach mal nur ein paar beispiele raussuchen habe es jetzt einfach aufgerufen was würdet ihr bekommen ihr wurde natürlich dann 100 anteile von dem etf eingebucht bekommen sprich müssen ungefähr 160 dollar 155 verkauft mal 100 etf anteile vor habt ihr dann irgendwie ein gold wert von ungefähr 15.000 dollar im depot was würde sich anbieten 34 tage ich habe jetzt nur die regulären optionen genommen es gibt sogar weekly optionen übrigens sehr liquide das hier zu handeln 62 tage 97 tage hat alles vor und nachteile für die anfänger eher weiter weg niedrigeres delta dann hat man nicht so viel stress aufgrund des niedrigen gammas ist es dann nicht so dass die optionen relativ schnell bei minus 23 400 prozent ist die andienungswahrscheinlichkeit ist extrem gering also da würde ich eher zu 150 strike nehmen es ist natürlich nicht wie bei der tesla aktie das jetzt 40 prozent weit weg vom preis kommen weil allgemein die implizide volatilität einfach geringer ist also gehen wir mal einfach ein paar durch 62 tage wenn ich jetzt ein add-to-money verkaufe gibt es natürlich 400 dollar prämie würde ich bei 159 eingebucht bekommen um die 400 dollar prämie sprich würde ich in einen buch bekommen ich dafür die prämie behalten wäre ich vielleicht bei 155 ist aber natürlich eine hohe wahrscheinlichkeit dass ich den dann auch eingebucht bekomme aber hier gibt es natürlich richtig fette prämie wenn ich es einfach weiter aus dem geld gehe 150 gibt es immer noch 140 dollar kann man mal kurz einzeichnen haben jetzt 62 tage 150 kommt mehr schon noch mal hier ungefähr noch mal einiges weiter weg also das kann man zum beispiel auf jeden fall machen ich sage jetzt natürlich nicht dass es machen müsste aber da kommt auf jeden fall noch mal weiter weg natürlich kann gold auch weiter fallen und dann müsste ich halt bereit sein johundert anteile zu nehmen gold wird vermutlich aber irgendwann mal wieder ein neues allzeitho machen das kann natürlich dauern aber dann könnte ich ja wieder die will strategie fahren und auch darauf covered calls handeln gucken wir noch einen weiteren an muss kurz laden mit 97 tagen schon weiterer verfall vom termin her weiter weg wenn ich jetzt hier add-to-money gehe kriege ich jetzt 540 dollar aufgrund des höheren zeitwerts aber hier schon 150er strike gibt seit 200 dollar sprich wenn ich jetzt die aussage ich möchte nur so 100 dollar einnehmen ja da komme ich schon locker mal auf 145 strike also schon noch mal ordentlich weiter weg 145 wer dann hier ungefähr danach habe ich ja schon fast dann ist koronativ das müsst ihr auf jeden fall auf der agenda haben dass der preis dann noch mal auf diese tiefs hier laufen könnte deswegen ja gibt es verschiedene vor- und nachteile wie man es machen kann die profis können vielleicht noch mal kurz ein paar weeklies verkaufen und so weiter für die anfänger die sagen jawohl ich möchte diesen trade machen und das risiko verstanden haben den würde ich eher empfehlen von der laufzeit weiter weg zu gehen und von dem strike auch weiter weg zu gehen hat vielleicht jetzt rechnerisch finanzmathematisch ist es nicht die beste rendite aber das muss man mal ausklammern es ist halt einfach so dass die wahrscheinlichkeit viel geringer ist der andehnung und da kann man sie hat einfach ja ein bisschen ran tasten genau das so zum trade wie gesagt ich muss auch noch dazu sagen wir haben den gemacht einen cash output hier ich wäre aber auch bereit hier dann noch weitere zu machen aber da muss der preis dann noch mal ordentlich weiter fallen das mache ich nicht nach zwei prozent kurzrückgang dass ich da wieder reingehen möchte aber wie gesagt das sieht man auch wieder hier ok krisenwährung hat hat einfach komplett versagt natürlich gab es den kurzen push nach oben wie übrigens das erkennt schöner doppel top hier kam halt dann extrem stark nach unten deswegen immer aufpassen wann ja dann auch gold kauft jetzt langsam öffnet sich das zeitfenster kann natürlich dann jahrelang noch seitwärts plätschern das ist für gold auch für bekannt aber die einschläge dann einfach immer nutzen und ich würde auch von eurem risikomanagement schauen dass sie dann noch einen zweiten einstieg machen könnt wenn der preis dann ja vielleicht die richtung 140 gefallen ist genau schreibt mir gerne in die kommentare was hier vielleicht in gold aktuell macht ansonsten sehen wir uns in einem nächsten video bis dahin passt auf euer geld auf ciao